In der letzten Folge von Leverkusen und Let's Splinter, der macht das Tor, wir, boah geil Leute, haben wir gesehen, wie es ist gegen den BVB zu gewinnen und damit ganz herzliches Willkommen zurück an dieser Stelle zu diesem wunderschönen Let's Play hier im FM23 mit mir und falls ihr es noch nicht getan habt, freundliche Einladung, Abo-Knopf drücken und gerne kommentieren, was euch in diesem Video so auffällt, schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben eine Woche des Grauens hinter uns, denn sie ging runter und hoch. Belgrad war der Gradmister in der Champions League unter der Woche und wir waren ein Mann mehr und das relativ lange verlieren 1-0 und begraben unsere Chancen auf das Überwintern in der Champions League. Dann folgte das Topspiel gegen die BVB und da haben wir endlich gezeigt, was wir können. 3 zu 1 gewannen wir, ihr habt es in der letzten Folge gesehen und insofern freue ich mich, dass wir wieder da sind und wir haben eine ganz komische Restphase dieses Winters vor uns. Ihr seht es hier, englische Woche, Freiburg und Hoffenheim warten, Mittwoch und Samstag und wenn wir das hier mal in den Dezember übertragen, kommt dann Champions League, dann Nürnberg und dann die Bayern am 16. Spieltag und dann vor Weihnachten ist gar kein Spieltag mehr angesetzt. Sprich, weder am 23. noch zwischen den Jahren logischerweise. Es geht dann mit dem Auswärtsspiel in Düsseldorf am 6. Januar weiter. Und insofern gucken wir, wie weit wir kommen. Ich denke, das PSG-Spiel könnte drin sein in dieser Folge, wenn die Spiele hier schnell durchlaufen und wir nicht allzu viel navigieren und variieren müssen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Los geht's. Ja, und dann das. Valencia hat Interesse geäußert, Kusse nun zu kaufen. 30 Millionen, sobald das Transferfenster öffnet. Der Mann hat noch relativ lange Vertrag. Bah! Ja, ähm, es gibt Optionen, die wir als Ersatz kaufen könnten, aber der Mann ist extrem jung und ich bin eigentlich nicht gewillt, ihn abzugeben. Fällt's in der Brandung, spielt eigentlich eine gute Rolle bei uns und ist 21 Millionen wert. Ich denke, da müssen wir noch ein bisschen mehr verhandeln, damit das überhaupt interessant wird, aber mal gucken, was die gewillt sind zu zahlen, die Spanier. Ja, und ich denke, wir zeigen mal die starke Schulter. 37 Millionen oder nix ist so ein Wert, den ich mir gefallen lassen würde. Vielleicht 36. Bin gespannt. Stellen mal die Forderungen und gucken, was passiert. Doch zuerst die Vorschau gegen den SC Freiburg. Die auf Rang 13 rangieren eigentlich ein leichtes Los für uns an diesem Spieltag. Aber es ist alles drin momentan und insofern müssen wir uns gut für die Partie vorbereiten. Letzte Saison 4-2-4-1. Ausgezeichnete Ergebnisse gegen die Breisgauer. Dortmund gegen Wolfsburg. Bin gespannt, wie die Partie ausgeht. Guardiol müsste eigentlich mal geschont werden. Und eben jener Kusinu wird dann auch mal einfach reingeworfen. Das muss man jetzt an der Stelle mal so machen. Thielemanns ist eine Option für Andrich wieder. Florian Wirz. Boah, Vieira immer noch gut in Form. Wir lassen den mal spielen. Thielemanns für Arangis. Gerne wieder rein. Und hier unten haben wir echt noch ein paar Leute. Guardiol nimmt mal komplett draußen Platz. Da kommt mit. Baka auf links. Ein bisschen außen vor gegenüber Saison. Klare Sache. Traoré war außer Form. Fängt sich hier wieder. Connor Gallagher. Momentan nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Insofern denke ich, wir sind so gut vorbereitet. Und wir gehen in die Partie. Tja, wir werden nicht verlieren. Das ist eigentlich die Marschroute für uns. Unentschieden muss drin sein. Und eigentlich auch ein Sieg. Insofern hoffe ich, dass ich hier nicht überpaste mit der Ansage an die Mannschaft. Wir gehen in den Spieltag. Spieltag Nummer 13 in Freiburg. Jong, nach zwei Minuten verletzt, holt sich. Boah, ein Rippenbruch. Wow. Gute Besserung an der Stelle. Früher Wechsel. Rizzo Doan kommt rein. Im Sturm. Ah, da fällt mir ein. Bei den Stürmern. Spielt nicht Moukoko bei Freiburg? Wo ist er? Boah, das müssen wir aber gucken. Ist hier auf jeden Fall nicht von der Partie. Vielleicht haben wir eingestellt, dass er nicht gegen uns spielen darf. Fragezeichen in der Laie. Riesene Chance auf jeden Fall über Kübler. Der Tabsober austribbelt. Fünfer Gregoritsch steht ungünstig für einen Torschuss. Lässt den Ball durch die Beine laufen. Eckstein. Und der muss nur noch einschieben. Boah, der bolzt das Ding über die Wolken. Konzentration gefordert. Zwölf Minuten gespielt. Dortmund sage ich schon. Leverkusen weit überlegen. Aber Freiburg mit der ersten Chance. Hälfte der Halbzeit 1 ist gleich bereits um. Dann aber Leimer. Rechts durch Mittelfeld. Passt gut zu Bergwein. Der hat viel Platz. Aus 18 Metern zieht er ab. Und Flecken. Oh, im Netz. Torwartfehler. 1 zu 0. Regnitz. Schiri greift gnadenlos durch. Es ist bewölkt. Und das ist das 1 zu 0. Und das ist natürlich herausragend. Führung hier. Nach knapp 20 Minuten. Ganz, ganz wichtig. Bergwein mit seinem dritten Saisontor. Gelb für Grifo. Rot wäre richtig gewesen. Schreibt der Ticker. Glück für die Freiburger. Aber wir haben eh von roten Karten nicht viel. Schöne Grüße nach Belgrad. Oh, Grifo. Freie Bahn. Nachdem zwei Leverkusener zusammenrasseln. Schakir entschärft den Schuss. Ginter ist nach der Flanke von Bergwein. Schritt schnell als Diaby. Ecke für uns. Die bringt Vieira gewohnt rein. Erste in diesem Spiel erst. Schick und Ginter. Ginter kann sich durchsetzen. Flecken muss nicht eingreifen. Diaby ein bisschen schwach. Schade. Freiburg versucht was über Röhl. Grifo. bekommt den Ball. Verzieht aber überhastet. Und dann die Chance. Ecke von Vieira. Mal wieder rein in der 38. Schick und Röhl. Röhl kann sich durchsetzen. Schick noch ohne Erfolg bei den Ecken. Schade drum. Und dann eine Minute oben drauf. Aber es geht mit der Führung in die Halbzeitpause. Wir sehen einen Schick, der nicht sonderlich gut spielt. Aber der auch frisch massiert werden muss. Halbzeit in Sprache. Das sieht sehr gut aus. Mehr aber auch noch nicht. Die Freiburger haben ihre Chancen. Wir motivieren Schick. Das ist zu wenig. Diaby ebenso. Tabsobar mit einer glatten Eins. Auch Frimpong ganz gut. Tja, und Kusunu macht das auch ordentlich. Ja, okay. 2,54 wird reingeworfen. Und bedankt sich auch für das Lob. Wir gehen in die zweite Halbzeit. Und das unverändert. Freiburg aber. Nutzt die Verwirrung in unserem Strafraum. Gregoritsch hat die Kugel. Zieht ab. Chaki ist zur Stelle. Wir sollten wach sein. Absatzstellung von Dohan. Salai setzt sich schön durch. Stunde schon gespielt. Dann passiert sehr, sehr wenig. Zentral bringen wir jetzt Aranguiz. Und Florian Wirtz kommt offensiv rein. Gute Stunde gespielt. Wir gucken mal auf die Taktik. Machen das etwas defensiver. Und eher über die Konter. Ich weiß nicht, wie gewillt die Freiburger jetzt sind. Aber wir wollen das ausnutzen, wenn sie mal aufmachen. Sie müssen aufmachen irgendwann. Das Spiel geht immer weiter vor. In die 70. Bereits. Prass für Engestein. Konterchance jetzt. Ja, da ist das Thema. Bergwein läuft alleine nur Flecken zu. Knapp vorbei. Schade. Wir bringen Broja für Schick, der das heute nicht so gut macht. Können Sessegnon für Diaby übrigens bringen. Auch mal eine Option. Da müssen wir aber sicherlich an der Anweisung was tun. Ist ein Dribbler. Na okay, passt. Broja hält den Ball nicht. Der geht steil. Und dann rein in die Schlussviertelstunde. Und da kann man dann schon mal sagen, dass die Mannschaft ruhig spielen soll. Da ist die Chance. Broja kann sich durchsetzen. Flecken hat keine Probleme. Schade drum. Zehn Minuten. Ja, und dann geht jetzt hier natürlich das Zeitspiel an. Erhöhen den Einsatz ein bisschen und spielen eher über die langen Bälle den Ball hinten raus. Ziehen uns jetzt sukzessive zurück. Ich hoffe, dass die Passivität sich hier nicht negativ auswirkt. Aber die Freiburger natürlich gefährlich. Vorne mit ihren starken Stürmern. Doan. Und wobei Doan auf Sturmpositionen komplett vergeudet ist eigentlich. Und dann die Chance. Schuss von Cessignon wird zur Ecke abgefälscht von Philipp Lienhardt, dem jungen Innenverteidiger. Grimaldo bringt die Ecke rein. Flecken hat das Ding. Und wir müssen weiter bibbern. Aber wir sind dermaßen, dermaßen am Drücker. Nouveau zupft Kusunu. Klargelb. Wagner für Grifo. Und dann die nächste Chance. Ecke von Grimaldo kommt rein. Cessignon verlängert zu Broja. Und der zögert nicht lange. Zieht ab. Komm machen. Flecken streckt sich vergeblich. Nichts ist das 2 zu 0. Ginter und Kübler sehen schlecht aus. Und das ist die Entscheidung. Das ist ausgezeichnet. Und danach gibt es den Wechsel. Und zwar TAR für einen überragenden Kusunu. Der sich hier sogar noch. Moment. Ach ne. Ich dachte, der hätte sich noch in die Ecke eingeschaltet. Alles gut. Aber trotzdem herausragend präsentiert. Gutes Argument im Verkauf. Der potenziell ansteht. Zeitspiel läuft. Ecke von Grimaldo kommt wieder rein. Flecken macht den Fehler. Verlässt sich auf die Vorderleite. Tabso Bar. 3 zu 0. Entscheidung. Spiel durch. Na super, Jungs. Super. Da ist endlich, endlich, endlich wieder das Leverkusen. Was wir wollen. Wir stehen kurz vor der Tribüne. Ist uns vollkommen egal. Wir gewinnen mindestens 3 zu 0. Leimer schiebt nochmal vor. Wirtz. Kommt nicht an den Ball. Weil Leimer unkonzentriert passt. Aber 3 zu 0. Deutliche Auswärtssieg gegen die Freiburger. Die Bayern und Dortmund gewinnen. Wir mussten dranbleiben. Wir sind dran geblieben. Dortmund 6 zu 2 gegen Wolfsburg. Die haben sich mal ganz krass vor den eigenen Fans revanchiert. Für die bittere Pleite gegen uns. Da darf jeder mal. Süle, Schlotterbeck, Madison, Reus, Gio Reyna und Karim Adeyemi. Nicht schlecht, meine Damen und Herren. Jetzt gucke ich natürlich, was hier mit dem gewissen Herrn... Wir müssen mal gucken. Moukoko ist verletzt. Eine Gesichtsverletzung. Schaltet ihn hier aus. Bitter für ihn. Fehlt nur noch einen Tag. Hat gegen die Bayern übrigens getroffen. Und zeigt sehr gute Leistungen. Das muss man wirklich so sagen. Trifft hier gut. Acht Tore, zwei Vorlagen. Also das gefällt mir richtig, was er in Freiburg liefert. Und die Freiburger sicherlich auch ein Stück weit enttäuscht. Davon, dass er nicht zur Verfügung stand hier gegen uns. 19 Jahre verliehen. Und ein riesen Talent für die Zukunft. Ich bin echt gespannt, wie der zurückkommt. Freue mich richtig drauf. Und erst 19 Jahre alt. Justofa Moukoko. Das nochmal am Rande. Ich finde, das ist nochmal eine besondere Bewertung wert. Wir schauen jetzt für die Tabelle und sehen Tabellenplatz 3. Und ein bisschen Luft nach unten. Zu den Hoffenheimern. Die, ja ja, ihr wisst das, unser nächster Gegner sind. Die sind richtig gut am Laufen. Drei Siege in Folge. Vier Siege aus den letzten fünf Spielen. Was für ein Heimspiel hier in der englischen Woche vor uns liegt. Wir steigen rein. Ich nehme euch aber kurz mit, was hier so zwischen der Woche passiert ist. Mannschaft der Woche. Kusum und Tabso bei Aranguiz. Alle wurden gelobt. Fußballer des Monats. Vasco Walz. In unserer zweiten. 19 Jahre jung. Extrem talentiert im zentralen Mittelfeld. Leider fehlt ihm hier so ein bisschen der Talentstern. 6 von 10 ist okay. Ist auch sehr, sehr hoch gerankt. Gerade durch die Form. Aber wir haben ihn gelobt und gefeiert. Spielt eine gute Saison. 16 Spiele. 5 Tore. Fehlen ein bisschen nur die Assists. Und Max Ahrens, den wir, das will ich euch auch einfach mal mit auf den Weg geben, als Rechtsverteidiger-Scouten, hat seinen Vertrag bis 29 bei der TSG Hoffenheim verlängert. Ein Stück weit bitter. Ist ein guter Mann. Und sehr, sehr jung. Aber fühlt sich dort scheinbar pudelwohl und wird nun richtig teuer. Und ihr seht das. Die Hoffenheimer mit einer brutal starken Mannschaft. Dürfen wir nicht unterschätzen. Es ist das Heimspiel. Es ist der 14. Spieltag. 2x1-1 in der letzten Saison. Sowohl heim als auch auswärts. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr holen können. Ganz, ganz wichtige Partie in der Tabelle. Dritter gegen Vierter. Ihr habt es gesehen. Wir haben ein bisschen Luft zwischen uns. Aber wir wollen mehr davon. Gucken wir uns das hier oben nochmal an. In der Tabelle. Vier Punkte vor. Ja. Und insofern können wir ganz klar nach unten signalisieren. Wir wollen oben dabei bleiben. Die Bayern spielen. Boah, ich weiß es gerade gar nicht. Wir gucken gerade mal hier auf die Ergebnisse. Da können wir es schauen am 14. Spieltag. Gegen Nürnberg. Eigentlich ein leichtes Spiel für die. Und die Dortmunder in Bremen. Nicht zu verachten. Aber Bremen. Eine katastrophale Saison bisher. Hannover übrigens. Ein Sieg bisher. Schöne Grüße. War das miserable 4 zu 3 von uns gegen die. Und wenn man dann sieht, dass wir dann 30 Punkte hätten. Tut diese Niederlage nachbetrachtend weh. Das ist was, was man einfach auch mal zwischendurch erwähnen sollte. Wie weh so eine 4 zu 3 Niederlage gegen Hannover tut. Wie sehr sie schmerzt. Und wie sehr man sich am Ende der Saison die Frage stellen kann. Woran hat es gelegen? Aber dann weiß man wenigstens die Antwort. Das ist immer wieder was, was ich auch viel, viel in Foren auf Transfermarkt.de und so lese. Zu echten Saisons von Mannschaften. Man verkennt die Situation. So eine harmlose Niederlage mitten in der Saison tut am Ende richtig weh. Und hier hätten wir 30 Punkte, wenn wir nicht gegen Hannover diesen einen Sieg hergegeben hätten. Es ist schon bitter. Wir scouten übrigens hier junge Spieler, Innenverteidiger Kaiki von Almeria. Wow, hochtalentiert, 19 Jahre. Ist insofern interessant, wobei Vertragsende dauert noch ein bisschen. Und ein bisschen verstimmt ist er auch. Aber die Sache mit Kusunu wird heißer. Wir gucken uns das hier mal gerade an. Nicht bei den Kooperationen, sondern im Transfermarkt. Und der Verhandlungsstatus. Die Einigung steht bevor. Boah, die bieten hier tatsächlich. Die haben schon auf 34 erhöht. Ich will 36. Und insofern müssen wir uns tatsächlich nach Optionen umschauen. Und ich gucke mal mit euch auf unser Blickfeld. Und das lautet insbesondere wohlgemerkt auf Konaté. Und auf einen Dicker, der als linksfüßiger Innenverteidiger natürlich extrem stark wäre für unser Spiel. Ist überragend in Form. Kann man nicht anders sagen. Normalerweise bei einer Grundstärke von 81. Aber eine echte Bank. Und wenn wir den eventuell verpflichten würden. Für Kusunu Hut ab. Allerdings müssen wir auch beachten, dass so jemand wie Guardiol momentan leider nur an uns ausgeliehen ist. Also insofern fehlen uns ein paar Innenverteidiger. Wenn man Kusunu und Guardiol wegdenkt. Sind da noch Tar und Tabsuba. Und dann haben wir in der Innenverteidigung bislang noch nichts gewonnen. Also insofern können wir da mal sicherlich ein paar Millionen rein investieren. Zumal Diaby, Bergwein, Schick und Co. noch Vertrag haben. Wobei Diaby wird auch nochmal Kracher. Ist übrigens glücklich. Ja, denke ich mir nach dem einen Tor. Mal gucken, ob wir mit ihm reden können. Tja. Er soll was aus seinem Talent machen. Zustand bleibt unverändert. Und dann gucken wir auf die Aufstellung im Topspiel. Es ist diesmal eine Situation, ja, ihr seht es, für Florian Wirz. Super in Form. Kusunu, Wahnsinn. Tabsuba, Wahnsinn. Tar draußen, Guardiol auf die Bank. Kusunu setzt sich hier richtig in Szene. Arangis, stark. Leimer muss aber spielen, jetzt hier in der Partie mit Thielemans. Ja, und Schick hat sich auch ein bisschen erholt. Alles okay. Ja, ich denke, so werden wir es machen. Nehmen hier noch ein paar Merch-Artikel auf. Das kommt so zwischendurch. Und dann wollen wir rein. Oh, ausschließlich, gebt euer Bestes. Mehr ist hier nicht möglich. Naja, sei es drum. Wir sind richtig gut drauf. Bayer Leverkusen gegen Hoffenheim. Top-Spiel. Wichtiges Spiel. 14. Spieltag. Und wir gucken mal, wieso die Hoffenheimer so stark sind. Vicario. Ja, hat Baumann aus dem Tor verdrängt. Kam ablösefrei. Mitchell. Agbobuma. Palomino. Und Udukay. Die Hoffenheimer mit einer Fünferkette. Max Ahrens, eben thematisiert. Summer Sekou. Finn Becker. Oh, schöne Grüße an den Spieler, den wir bei Coventry City haben. Baumgartner, Kramaric und Giorginho Rütter vorne drin. Ja, die Bank dann ein bisschen schwächer. Aber wenn da was passiert, müssen sie, oder können sie nicht gut nachlegen. Aber die erste Elf ist sehr stark. Agbobuma rettet vor Bergwein. Schade. Viertelstunde ist es relativ ruhig. Erste Chance überschickt. Lässt Palomino aussteigen. Kommt zum Schuss. Vicario hat das Ding. Hoffenheim mit einem Freistoß von Kramaric. Uninspiriert. Chakir hat keine Probleme im Held. Hoffenheim sehr defensiv stark. 300 Minuten lang kein Tor mehr kassiert. Rütter. Aha. Muss die Schuhe wechseln. Ich dachte schon, er geht vom Platz. Wäre natürlich eine Riesennummer gewesen. Kramaric schlägt den Ball zu Baumgartner. Zieht sofort ab. Chakir ist schnell unten im linken Eck und hat den Ball mit einer Glanzparade. Gutes Spiel von ihm. Grimaldo ebenfalls. Ganz, ganz stark hier. In den ersten Minuten. Was ist denn in der 26. los? Konterchance für uns. Diaby auf Vicario schießt. Tor. Tor. 1 zu 0. Diaby kommt ins Rollen. 26. Minute. Ecke von Baumgartner. Der bringt den vom Tor weg. Segelt raus aus dem Strafraum. Kramaric schießt. Links am Tor vorbei. Gut so. 1 zu 0. Die Ergebnisse passen jetzt. Die Führungstreffer passen. Grimaldo. Zieht den Eckstoß vom Tor weg. Wirz kommt dran. Auch der Schuss. Diesmal rechts am Tor vorbei. Bergwein. Versucht es mit einem Flachschuss. Knapp vorbei. Scheppernde Bande an der Stelle. Drückend überlegen. Musa Diaby. Palomino verlängert. Unglücklich zu Leimer. Der zieht ab. Udukay bekommt die Fußspitze dazwischen. Lenkt zur Ecke. Wow. Die Hoffenheimer haben jetzt Glück. Grimaldo bringt den Ball rein. Musa Diaby verlängert. Zu Schick. Der zögert nicht lange. Zieht ab. Wow. Vicario streckt sich vergeblich. Ogbubuma und Udukay. Keine gute Figur. Das 2 zu 0. Das ist überragend von Leverkusen. Wir sind wieder da. Schick. Diaby. Assist. Richtig gutes Spiel. Von Diaby. Wow. Geht runter wie Öl, Leute. Das geht runter wie Öl. Und die nächste Chance. Hinten dran Diaby. Schon wieder. Alleingang. Ball kommt zu Wirz. Aus 18 Metern. Zieht er verdeckt ab. Knapp vorbei. Fast die Entscheidung. Äußerst einseitig. Wir sind so tiefdrückend überlegen, wie ich es noch nie gesehen habe. Baumgartner muss raus. Das ist das Thema mit der Elf. Wer kommt jetzt für ihn? Zentrales Mittelfeld. Wahrscheinlich Sudakow. Alles andere würde mich wundern. Minute oben drauf. Wenig insgesamt. Da ist noch eine Chance für uns. Thielemanns. In den Laufwerk von Diaby. Natürlich. Kurzes Eck anvisiert. Nicht mit Vicario. Boah. Der ist gut. Und rettet denen hier tatsächlich das 2 zu 0. Und damit zumindest noch theoretisch Chancen. Schick mit einer 1. Thielemanns mit einer 1,5. Was ist das für ein gutes Spiel und für eine gute 1. Halbzeit? Von Bayer 04 Leverkusen. Atmen wir durch und suchen die richtige Halbzeitansprache. Aufdrehen. Ich glaube, lasst uns genau so weitermachen. Massiert wird kräftig. Wir loben die 1er. Dazu gehören Thielemanns. Dazu gehören Chakir. Grimbaldo. Und auch Kusunu schon wieder. Also gut. Heute spielt fast jeder gut. Wirz macht das endlich mal wieder okay. Wir gehen rein in die zweite Halbzeit und gucken. Aber noch. Ja. Werden ein bisschen mehr auf die Konter gehen. Aber alles in allem bin ich sehr zufrieden damit. Lassen alle warm laufen. Und gucken, was passiert. 2 zu 0 ist noch keine Entscheidung. Aber. Wenn wir dran anknüpfen können, würde es mich sehr freuen. 55. Was ist los? Rütter hat Probleme mit dem Oberschenkel. Kann weiterspielen. Tabsobar. Kramaric stoppt ihn. Gelb. Stunde jetzt fast gespielt. Riesenchance. Berchwein wurschtelt sich irgendwie durch. Palomino greift nicht ein. Aarons fälscht den Ball ab. 3 zu 0. Hoppelt der Ball ins Tor. Es ist die Vorentscheidung. Es ist Steven Berchwein, der sein viertes Tor in diese Saison schießt. Und das freut mich. Und das freut mich vor allen Dingen, weil wir durchwechseln werden können. Übernehmen die Kontrolle. Und sehen hier, dass wir Masraoui bringen werden. Ja, dass wir Aranguiz für Tielemans einsetzen. Den Rest machen wir ein wenig später. Stadion ausverkauft. Sehen hier eine Riesenpartie von der Mannschaft. Sudakow für Samaseku. Die Hoffenheimer lassen jetzt von der Stärke natürlich nach. Hoffenheim kommt. Kramaric. Rütter am Fünfer. Oh, Spitzel durch Schakir. Der greift hinter sich blind und hat den Ball. Broja auf rechts außen. Einfach mal kreativ eingesetzt. Und Guardiol für einen Tabsober, der auch mal geschont werden kann. Neunjörn hoffen wir mal kommen nochmal. Rütter hat sich davon gestohlen. Steilvorlage von Sudakow. Sieht richtig gut aus. Spielt clever zu Kramaric zurück. Und er schiebt Anshakir vorbei ins 3 zu 1. Was? Wie viel ist es? 13. Saisontor. Habe ich das richtig gesehen? Am 14. Spieltag. Wow. Was für eine brutale Qualität Kramaric hier noch mitbringt. Der 13. Tor. Ist ja verrückt. Kusunu holt sich gelb ab. Wir gehen aufs Zeitspiel und schießen die Dinger schön lang raus. Taylor für Palomino. Und wir wechseln sicherlich auch nochmal. Wirtz könnte raus. Vieira kommt rein. Hat er sich sicherlich verdient. Bebu kommt für Kramaric. Die Hoffmann schwächen sich dadurch selbst. Wir machen hinten dicht. Und wollen nichts mehr riskieren. Spiel ist durch. 3 zu 1. Noch 3 Minuten plus X. Eine Minute gibt es oben drauf. Hamster Säumt Leimer rauszuholen. Der geht in den roten Bereich. Müssen wir beachten bei den englischen Wochen. 6-2 Augsburg gegen Hannover. Boah. Wolfsburg 5-1. Dortmund 1-1 gegen Bremen. Das ist die Überraschung. Und damit sind wir punktgleich mit ihnen. 14 Spiele, 26 Tore. Nur, muss man sagen, die Bayern. Wir schaffen aber irgendwie ganz gut abwehrtechnisch dazustehen. Wir bekommen nur ein Gegentor. Also ein Gegentor pro Partie. Das geht noch. Sind besser als die Dortmunder. Und fast so gut wie die Bayern in der Situation. Und schauen jetzt auf die letzten Spiele. Nürnberg, Bayern und dann Düsseldorf schon im neuen Jahr. Die Nürnberger als Aufsteiger machen es ganz gut mit 16 Punkten. Spielen selten unentschieden. Hopp oder Top. Und insofern werden wir das sicherlich mit in die nächste Folge nehmen. Ebenso das Spiel gegen PSG. Ihr seht es mir nach. Das sind hier nur zwei Spiele momentan pro Folge bei Bayern 04 Leverkusen. Es ist relativ viel los. Und ich versuche den Turnaround zu schaffen. Das haben wir hier momentan ganz gut drauf. Mit drei Siegen in Folge. Das sieht also richtig gut aus. Die Bayern lassen allerdings wenig Federn. Und insofern bin ich gespannt, wie die hier eventuell gegen Düsseldorf. Boah, und dann ist es natürlich das wichtige Spiel gegen uns. Dastehen werden. Und dann die Bayern im letzten Spielehinrunde gegen Bremen. Ja, die haben den Achtungserfolg gegen die Dortmunder gefeiert. Und insofern gar nicht mal so unspannend. Und wir, das können wir natürlich jetzt an der Stelle festhalten, nutzen dieses 6-Punkte-Spiel gegen die TSG aus Hoffenheim, um sieben Punkte jetzt zwischen uns zu bringen. Ausgezeichnet, während mir übrigens ganz off-topic hier bei mir im Dachgeschoss gerade ein Rauchgeruch von draußen in die Nase zieht. Das dürfte der Nachbar sein, der immer wieder meint, dass er das Grundstück in dieser Wohnbausiedlung für sich alleine hat. Und es ist nicht das Grillgut, was da lecker riecht. Insofern werde ich mal gucken, was da dran ist. Ich freue mich, wenn ihr kommentiert, wenn ihr abonniert. Und vor allen Dingen ganz, ganz lieb wäre es, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinschaut. Denn es geht auf den Schlussspurt in der Hinrunde mit Vollgas zu. Insofern, bis dahin, macht's gut, euer Let's Plinter. Ciao, ciao. 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 Ciao.